Servus bei uns auf der Obankl-Bank in Oberneiching. Es wäre schön, wenn du dich schnell bei uns vorstellen würdest, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, welche Hobbys du hast. Ich bin der Grazerkobinian, ich bin Schreiner. Meine Hobbys sind eigentlich Arbeiten und Landwirtschaft und Jördringer, sämtliche Festl und ich bin öfters in den Bergen unterwegs. Wie darfst du dich selber beschreiben? Selbig, fleißig, wenn es sein muss und ganz humorvoll. Fleißig nur beim Arbeiten oder fleißig auch in einer anderen Hinsicht? Ich glaube in jeder Hinsicht. Dann erzähl uns einmal, wie soll deine Traumfrau aussteigen, wo die an dem Tag steigern soll? Ich sage jetzt einmal, unter 100 Kilo wäre gut. Und ja, also hoffa ist mir halt eigentlich relativ wurscht, sollte halt nach was ausschauen, aber ich bin jetzt da nicht so brutal harkelig. Sollte auch gut drauf sein, gelegentlich auch mal auf dem Festl sein. Also sind dir die inneren Werte auch wichtig? Ja, sehr. Welchen Bullock hast du daheim, also welchen geilen Schlepper? Ich habe sechs Bullock daheim. Ja brutal, wenn du die Weih-Wassel merken kannst, dann wäre das gewiss was. Ja, dann danke dir und wir sehen uns am 10.6. in Oberneuhenz bei der Versteigerung. Ich freue mich. Ich sage auch, Merci. Ich glaube, das wäre der Fetzen Gaudi und ich hoffe, dass mich da die richtige steigert, mit der ich in Zukunft auch öfter länger was anfangen kann. Die beste Aussage, was ich bis jetzt gehört habe. Danke. Danke. Danke.